Yo Leute, heute packen wir den JBL Flip 3 aus, das Gegenstück zum JBL Extreme, also den kleinen Bruder sozusagen. Hier machen wir den so auf, hier machen wir das einfach hoch. Hier haben wir schon das schöne Stück. JBL Flip 3, bisschen größer als der Flip 2, aber auch ziemlich handlich. Was haben wir noch drin, hier eine Anleitung, braucht denke ich wohl keiner. Und hier noch ein Ladestück, kann man auch mit einem ganz normalen Handykabel von Android laden, das ist jetzt nicht so wichtig. Mehr ist auch nicht mehr drin, die Verpackung wieder rein, alles. Ich würde den jetzt mal schnell testen, geht es an. Okay, jetzt verbinden wir den. Ist schon verbunden, direkt. Probieren wir mal Oli da aus. Und versuchen wir noch ein anderes Lied. Vielleicht mal auch voller Lautstärke. Auf jeden Fall, das war der Flip Unboxing zum Flip 3. Wenn ihr mal erfahren wollt, könnt ihr unten auf den Link klicken, da seht ihr ein ausführliches Testbericht über ihn. Oder der Videobericht, also Videoreview folgt dazu auch und Soundtests auch. Dann würde ich sagen, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, tschüss.